nie gab es mehr zu tun das ist der slogan der liberalen der fdp zum wahlprogramm eine weitere ausgabe von update spezial hier bei derchotv dienstags und donnerstags hier auf youtube zu sehen und auf derchotv.de selbstverständlich hier geht es heute um das wahlprogramm der fdp kurz zusammengefasst damit ihr wisst was die liberalen wollen und ob sie am 26 september wählen wird eure entscheidung wir blicken natürlich auch noch auf die aktuellen wahl und bevor wir ja und bevor wir dann sagen wir mal der das handy was ich jetzt mal kurz weggepackt habe der faszien strich durch die rechnung gemacht hat begrüße ich euch ganz herzlich zu diesem update spezial der drittletzten ausgabe denn zwei parteien werden wir dann noch haben mit dieser hier natürlich drei parteien noch wo wir unter anderem nämlich auf die wahlprogramme schauen werden der im bundestag vertretenen parteien es gibt eine ganze menge das habe ich schon in den letzten wochen erklärt letzte woche haben wir uns mit der afd und mit der spd beschäftigt die woche davor haben wir mit der cdu begonnen und nun geht es weiter mit der nächsten oppositionspartei die theoretisch vielleicht dann doch diesmal nicht so wie vor vier jahren nun auf der regierungsbank platz nehmen könnte und nämlich die fdp könnte königsmacher werden im moment schaut es gut aus leichte verluste eigentlich quasi in den neuesten umfragen beziehungsweise keine quatsch leichte verluste was laber ich eigentlich eher gewinne zu gewinne im gegensatz zu anderen wir werden nämlich dann auch gleich auf die neuesten umfragen nämlich schauen denn dieses update spezial ist ausnahmsweise am tag wo ihr seht nämlich aufgenommen worden heißt auch wir können die forsa umfrage vom heutigen dienstag dem 7 september nämlich ebenfalls mit reinnehmen kommen aber jetzt erst mal zum wahlprogramm der liberalen ja ich habe schon zu beginn angekündigt es heißt nie gab es mehr zu tun und das hat sich haben sich die liberalen natürlich auf die ja auf die plakate ja natürlich auch geschrieben geradewegs auch um zu sagen hey wir wollen jetzt mal so langsam regieren ich habe es natürlich mal wieder ein bisschen zusammengefasst für euch ein bisschen zusammengetragen was nämlich hier und wie und und so weiter und so fort und so sieht das ganze dann natürlich jetzt dementsprechend aus wir fangen natürlich an mit der ersten grafik beim thema wirtschaft sind für unter anderem so wird nämlich so ist die zentrale forderung nämlich der liberalen das ganze nämlich die wirtschaft von der corona krise zu entfesseln so will man unter anderem auch auf soziale marktwirtschaft setzt die unternehmenssteuer last soll auf 25 prozent winken und man möchte die gewerbesteuer abschaffen das sind pläne die natürlich sagen wir mal bei anderen parteien natürlich jetzt nicht so auf zustimmung treten aber zumindest unter anderem bei möglichen koalitionen koalitionsverhandlungen wahrscheinlich wohl auch er der fdp ja zugeschrieben wird wie gesagt es ist ja eher so dass er die fdp ja eher der wirtschaft ja nahe steht und natürlich da dann auch er mehr sagen wir mal andere dinge tun will schauen wir dann auch das thema klima die steuern nämlich so will man unter anderem die steuerlast so heißt es nämlich selbst bei der einkommensteuer so heißt es soll der mittelstandsbauch abgeschafft werden heißt also auf deutsch übersetzt die steuerlast bei kleineren und mittleren einkommen soll gesenkt werden der spitzensteuersatz soll schrittweise verschoben werden das ziel ist hier dass erst ab einem jahreseinkommen dieser spitzensteuersatz von 90.000 euro greift also das heißt die die dann unter 90.000 euro sind dann quasi weniger sagen wir mal den spitzensteuersatz bezahlen möchten man möchte keine anhebung des spitzensteuersatzes haben an sich also man will nur die den spitzensteuersatz verschieben aber nicht gleichzeitig auch noch an prozenten anheben man lehnt auch eine erbschaftsteuer ab das hat natürlich erben entsprechend von möglichen geld halt zahlen müssen und der solidaritätszuschlag das will die fdp komplett abschaffen man setzt auch auf steuererleichterung aber auf der anderen seite das will man auch wenn man an einer regierung beteiligt ist wollen die liberalen auch schnell wieder eine schuldenquote von nämlich 60 prozent unter 60 prozent des brutto inlandsproduktes des bps nämlich erreichen das wird auch noch gleich thema sein jetzt kommen wir zum thema klima das hat sich die fdp auch natürlich in ihr wahlprogramm geschrieben viele sagen natürlich auch hier das thema klima bei der fdp ist jetzt geradewegs nicht so dolle da will man nämlich auch auf die freie marktwirtschaft nämlich setzen und der emissionshandel soll weiter ausgeweitet werden außerdem soll dann auch wie gesagt soll damit die politik vorgeben wie viel co2 im jahr verbraucht werden darf also dass es dort dann eine begrenzung gibt um natürlich dann auch der umwelt entsprechend besser sagen wir mal um die umwelt zu schonen außerdem wird man für den ausstoß dann zertifikate erwerben müssen und über eine klima dividende wie sie es nennt sollen einnahme aus den co2 preisen wieder an die bürgerinnen und bürger ausgeschüttet werden also dass da dann natürlich die bürgerinnen und bürger entsprechend die möglichkeit haben auch hier ihr geld wiederzusehen beziehungsweise das dann dort natürlich was heißt geld wiederzusehen eher dass sie wieder was bekommen thema soziales da will man unter anderem durch die schuldenquote das habe ich ja schon gesagt die man ja von unter 60 prozent des bps nämlich halten wird des bruttoinlandsproduktes wollen nämlich die liberalen dann auch die sozialausgaben das ist zumindest ein thema davon auf 50 prozent deckeln also man will weder noch irgendwie was anderes tun wie gesagt ihr könnt euch dazu auch gerne den 68 seitigen das 68 seitige wahlprogramm euch gerne durchlesen gibt es wie gesagt unten in der video beschreibung zeige ich gleich auch noch mal sonst gibt es unter anderem auch noch andere dinge die die liberalen wollen vor allem nämlich groß der größter schwerpunkt thema bildung da begreift man nämlich die bildung als so heißt es nämlich auch auf die chancen zentral nämlich und so will man jährlich rund zweieinhalb milliarden euro für die bildung ausgeben finanziert soll das ganze durch bestehenden mehrwertsteuer aufkommens die bildungspolitik sondern zweigleisig angelegt sein auf der einen seite wenn man wir wollen die liberalen mehr zentrale bundeseinheitliche elemente also das dann quasi so 16 bundesländer 16 verschiedene systeme soll es dann nicht mehr geben aber natürlich sollen abschlussprüfungen zum beispiel halt auch bundesweit für die mittlere reife und für das abitur zum beispiel vereinheitlicht werden also dass es wirklich in jedem bundesland selben prüfungen gibt und nicht halt in bayern und in berlin und in nordrhein-westfalen und in sachsen sachsen anhalt baden württemberg verschiedene entsprechende sagen wir mal prüfungen es geben soll auch mehr auf der anderen seite sollen auch die einzelnen schulen autonomer werden also mehr pädagogische und personelle sowie finanzielle freiheiten haben heißt natürlich dann entsprechend mehr möglichkeiten haben um auch in bestimmte sachen zu investieren gelingen soll das dann mit einem finanzbudget über das dann jede freie schule also jede schule frei verfügbar hat also das bedeutet dann nicht dass jede schule dieses budget halt bekommt und dann reicht es vorn und hinten nicht um entsprechende projekte nicht umzusetzen sondern dass jede schule ein anderes budget hat kann man natürlich dann sagen dass dann eine schule weniger als die andere natürlich hat und das dann da auch streitereien raus kommen können das ist dann leider so was dann auch leider dazu kommen kann beim thema baföck wollen die liberalen es so machen dass es elternunabhängig sein soll also das heißt egal wie viel die eltern verdienen baföck soll ausgezahlt werden alle studierenden sollen aber demnach einen grundbetrag von 200 euro bekommen so wie man das hier verstehen kann sollen es nicht nicht nur die 200 euro sein sondern ab 200 euro das heißt nicht mehr nicht weniger aber entsprechend auch nicht deutlich mehr außerdem soll es 200 weitere euro geben wenn man sich ehrenamtlich engagiert oder auch noch neben dem studium arbeiten geht also noch ein teilzeit job entsprechend hat natürlich klar vollzeit ist ja bei einem studio entsprechend studium entsprechend nicht möglich dazu will zusätzlich auch die fdp zinsfreie darlehen ermöglichen so soll das nämlich dann auch ablaufen dass dann wenn man unter anderem gutes einkommen durch den durch das studium natürlich guten job natürlich bekommt man guten einkommen dann entsprechend die kosten des studiums zurückgezahlt werden sollen also hier klingt das schon auch so ein bisschen komisch dass dann geradewegs auch die dies zumindest halt gut man kann es halt sich so vorstellen dass man sagen kann gut ich reiche mich dann zusammen versucht mein studium noch zu machen wenn ich es gerade weg zur schaffung guten job bekommen dann kann ich gott sei dank diese studiengebühren auch wieder zurückzahlen so sagte zum beispiel jens brandenburg der sprecher der fdp für studium berufliche bildung und lebenslange lebenslanges lernen beim deutschlandfunk dass es für einen bundesweiten ansatz zur modernisierung des bildungsföderalismus gleichzeitig mehr freiheiten für die schulen vor ort nämlich geben sollte also vor allem natürlich dann zum thema dass die schulen dort auch eigenes budget kriegen sollten beim thema verkehr da gibt es zwei themen was die fdp generell ablehnt und zwar nämlich dass diesel fahrverbot und natürlich das tempo limit was ja andere parteien wie die grünen aber auch die sozialdemokraten fordern mögliche koalitionen wie gesagt der verbrennungsmotor soll auch nicht abgeschafft werden soll aber mit synthetischen kraftstoffen getrieben werden also kerosin also sprich diesel benzin soll es dann unbedingt nicht sein aber dann halt andere möglichkeiten friedenfeld keine ahnung weiß ich selbst nicht wie ich das so sagen soll außerdem um die eben mobilität zu stärken sollen schnell ladesäulen dann in der bundesrepublik ausgebaut werden dafür sollen die subventionen für e-autos gestrichen werden beim bahnverkehr will die bahn weiterhin auf privatisierung setzen die deutsche bahn hat die deutsche bundesregierung hat ja immer oder sagen wir der deutsche staat hat ja immer noch anteile der deutschen bahn und das soll dann natürlich verkauft werden dementsprechend habe ich aber glaube ich jetzt auch mit einem anderen thema verwechselt aber das kann man auch hier so genau nehmen außerdem soll während des schienennetzes was ja natürlich weiter vom bund betrieben werden soll der bahnbetrieb verkauft werden also sprich bedeutet dass die deutsche bahn nicht mehr selbst quasi oder weniger die bahn also deutsche bahn benutzen sondern das soll in private hände gehen beim thema renten da heißt es vor allem nämlich flexibel 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 denn einerseits soll es so sein dass die renten nämlich so sieht es nämlich aus flexibler gestaltet werden sollen natürlich er will sich hier will hier die wollen hier die liberalen ein sogenanntes baukasten prinzip nämlich ein führen klingt ziemlich interessant ja man will das wirklich da so einführen und ein baustein unter anderem soll der gesetzliche die gesetzliche aktienrente werden also durch den kapitalmarkt quasi noch eine rente dazu bekommen viele lehnen ja auch eher die rente die rente sei schon ja die rente legen nicht viele ab aber eher die börse und auch das renteneintrittsalter soll eher flexibler gestaltet werden also das klingt für viele dann ja eher die kaum arbeiten wollen mit 30 in rente gehen warum nicht oder mit 50 wenn man aber auch dann gut angelegt hat würde man glaube ich eher sagen thema digitalisierung das hat sich ja die fdp seit mehr als vier jahren jetzt schon oder seit acht jahren jetzt schon als sie vor acht jahren aus dem bundestag geflogen sind sich ja auf die auch die sagen wir mal auch ins wahlprogramm oder auch auf die stirn quasi geschrieben so soll unter anderem nämlich im falle einer regierungsbeteiligung nämlich das bundesministerium für digitale transformation entstehen heißt natürlich auch dass das dort nämlich jetzt nicht wie es ja andere jetzt wollen halten digital ministerium sondern dass da wirklich alles entsprechend digital transformiert wird könnte man sich jetzt den was transformers oder so nein kompletter schwach sind natürlich was ich hier was ich meine sondern er also was ich gar nicht schon Thomas gesagt habe sondern halt das natürlich wie gesagt die digitale infrastruktur mehr bekommen sollte und so weiter und so fort auch behördengänge das will wollen ja die liberalen auch erreichen außerdem die anteile hier wo ich jetzt sage was die bundesregierung nämlich noch an der deutschen post und an der telekom nämlich besitzt die geringen anteilen sollen verkauft werden die erlöse sollen dann in die digitale infrastruktur gesteckt werden heißt also wenn dort teile verkauft wurden soll es dann natürlich in detail in die glasfasernetze gehen oder in die neuesten netze wo man sagen kann dass das entsprechend deutlich besser sein soll die kontrolle von nachrichtendiensten durch das parlament soll verbessert werden und auch das privat das recht auf privatsphäre in den digitalen räumen also auch in den sozialen medien an sich soll gestärkt werden beim thema feminismus ja auch das haben die liberalen drin ich bin mir sicher der eine oder andere sagt wahrscheinlich irgendwie ach feminismus ist bei den liberalen auch wichtig wusste ich nicht ist es aber so denn wie gesagt die liberalen sind auch ein bisschen anders als andere parteien jede partei ist anders mich ja noch mal kurz sagen und zwar bevor wir bevor befürworten die liberalen frauen dass frauen in führungspositionen sind aber die frauenquote die ja beschlossen wurde vor wenigen jahren die aber nicht das lehnt man ab also eine frauenquote lehnt man ab stattdessen selbst verpflichtung in den unternehmen das ist dann halt wirklich heißt macht es doch selbst versucht es doch irgendwie selbst zu machen und sollte es nicht irgendwie 50 50 sondern keine ahnung 30 70 60 40 sein oder so und so weiter außerdem bekennt man sich auch zum liberalen feminismus das hat man natürlich auch so oder so entsprechend gesagt und ja da setzen natürlich die liberalen auch selbstverständlich auch ja dass auch die freiwilligkeit beim thema geschlechtliche identität da wollen man will man natürlich da will die fdp natürlich die opala schon wieder falsch ich bin ein bisschen zu voreilig so geschlechtliche identität da waren wir nämlich da wollen die liberalen für individuen aller geschlechten also männlich weiblich divers und sonstiges freiheits- und entfaltungsräume erweitern die rechte von lsbti personen soll gestärkt werden und deutschland soll was im europäischen kontext nämlich auch gelten sollte da sich dafür eintreten dass homosexuelle handlungen und die gleichen schlecht identitäten nirgendwo kriminalisiert wird wir hatten das ja jetzt ja in diesem jahr polen und ungarn haben da jetzt ja beim thema homosexualität oder auch ja sagen noch mal was verschärft da ist es ja soweit ja gegangen bis zur fußball-em und da soll es dann natürlich auch so sein dass es dann in der eu entsprechend solche gleichheiten gibt dass alle menschen egal ob man mal ob man eine frau liebt ob man sein eigenes also sein gleiches geschlecht lieb halt behandelt werden beim thema justiz da gibt es jetzt nicht entsprechend justiz reform sondern eher thema zum beispiel abbruch der schwangerschaft und so weiter sondern cannabis und doch cannabis und den schwangerschaftsabbruch nämlich das ist das worauf auch die liberalen nämlich setzen jetzt habe ich schon wieder falsch gemacht aber was soll es jetzt ist es richtig und zwar wenn man cannabis legalisieren kontrolliert auch freigeben aber soll besteuert werden wie zigaretten also cannabis könnte dann entsprechend wenn es legalisiert und kontrolliert verkauft wird in deutschland fast zu teuer werden wie zigaretten außerdem will man auch wie gesagt so sollen steuereinnahmen jährlich in höhe von bis zu einer milliarde euro nämlich geben ob das wirklich so dann auch bei den freien demokraten so ist bei den liberalen das wird man sehen was jetzt hier nicht drin steht was ich aber auch vorlesen kann ist dass der paragraf 219 a gestrichen werden soll aus dem strafgesetzbuch der nämlich steht stellt die werbung für den abbruch der schwangerschaft unter strafe ja der paragraf 219 a des strafgesetzbuches der soll laut liberale abgeschafft werden zwei dinge die die liberalen natürlich auch wollen es unter anderem der öffentlich-rechtliche rundfunk wir wissen ja von gewissen personen oder halt auch natürlich parteien unter anderem von ein zwei parteien dass man ja den öffentlich-rechtlichen rundfunk gerne ja sagen wir mal reformieren möchte oder sogar gänzlich abschaffen möchte die liberalen wollen die öffentlich-rechtlichen reformieren und plädieren auch auf eine auftrags- und strukturreform bedeutet bei der auftragsreform vor allem deswegen dass ich die dass ich ard und zdf je nachdem ob es dann beide noch geben sollte beim willen der fdp oder halt nur noch eine sendeanstalt je nachdem wie man sich das vorstellt dass es dann halt wirklich auf die themen gehen sollte bedeutet also natürlich dann bildung information unterhaltung sollen die privaten machen und so weiter und so fort außerdem will man auch bezüglich des bundestags etwas machen gut von reduzierung der wahlkreise und so wo wir jetzt ja bei der bundestagswahl in diesem jahr befürchten müssen dass der nächste bundestagswahl fast 1000 abgeordnete nämlich haben könnte der größte partei größte das größte parlament der fast der welt china ist ja nur größer sondern nicht die legislaturperiode auf von vier auf fünf jahre verlängert werden in den landesparlamenten ist es ja derweil so dass ja wie zb nordrhein westfalen alle fünf jahre ein neuer landtag gewählt wird im bundestag sieht es ja halt so aus im bund eher dass ja alle vier jahre ein neuer bundestag gewählt wird also das heißt dass man eine zusätzliche legislatur dran hängt außerdem soll dann auch die amtszeit des regierungschefs also des bundeskanzlers der bundeskanzlerin auf zwei amtszeiten begrenzt werden wäre jetzt im jetzigen stand mit der legislaturperiode von vier jahren nämlich acht jahre und wenn dann die liberalen das durchsetzen würden dass auch dass die legislatur von vier auf fünf jahre gehen würde dann wären es zehn jahre ja also würde sowas wie zum beispiel helmut kohl mit 16 jahren und angela merkel mit 16 jahren würde es dann nicht geben so richtig oder würde es überhaupt nicht mehr geben ja das sind unter anderem die pläne der liberalen was nämlich die bundestagswahl angeht was sie nämlich vorhaben um deutschland natürlich in die zukunft zu führen denn es heißt ja für die liberalen nie gab es mehr zu tun und das ist wie gesagt das wahlprogramm der fdp und wenn ihr natürlich mehr wissen wollt dann könnt ihr gerne mal unten in der video beschreibung nämlich schauen da gibt es unter anderem hier das 68 seitige wahlprogramm der liberalen als pdf selbstverständlich das gibt es auch natürlich bei der fdp als leichtere sprache selbstverständlich ihr könnt euch da natürlich auch holen generell möchte ich aber auch gerne darauf hinweisen dass es natürlich auch andere möglichkeiten gibt das natürlich mitzubekommen es gibt die webseite bundestagswahl minus 20 21 de da könnt ihr natürlich unter anderem auch mögliche koalitionen umfragen und die kanzlerkandidaten bzw spitzenkandidaten euch angucken spitzenkandidat für die liberalen ist natürlich fdp-chef christian linkner vor vier jahren hat er ja die fdp ja wieder in den bundestag geholt nachdem sie ja vier jahre zuvor 2000 13 so war das nämlich mit hochkant aus dem parlamenten aus dem parlament geflogen ist und somit wieder da ist es gab ja auch unter anderem nach der bundestagswahl 2013 ja schon die große möglichkeit dass es nach große koalition spricht cdu csu spd jamaika geben würde sprich cdu csu spd fdp und grüne was dann am votum der fdp gescheitert ist bzw an der fdp selbst ich erinnere nur an die worten von christian lindner und die kann man auch hier schön lesen es ist besser nicht zu regieren als falsch zu regieren und diesen satz muss sich wahrscheinlich christian lindner heute noch entsprechend antun wer weiß wie es jetzt aussehen wird denn man munkelt ja auch klar ampelkoalition lindner legt sich ja mit seinen liberalen nicht fest wo es hingeht klar wunschkoalition wäre mit der cdu aber die cdu ist in neuesten umfragen dermaßen unten dass es selbst nicht mal wie gesagt für eine zweier koalition an sich reicht das würde bedeuten deutschland würde zum ersten mal nach einer bundestagswahl von drei parteien regiert werden denn es würde minimal nicht mehr für eine große also für zwei parteien in deutschland reichen die an der regierung sind schauen wir mal auf die neuesten umfrage von wahlrecht.de ebenfalls unten in der video beschreibung zu finden da habt ihr es nämlich jetzt unter anderem ihr seht die roten sind vor kurzem noch dazu gekommen wir sehen vor allem nämlich zum beispiel von forsa und von gms sind vom heutigen 7 september ich nehme es sogar heute an diesem 7 september auf also geradewegs auf wo es heute sehen können und ihr seht zum beispiel wenn wir bei forsa gucken cdu nur noch auf 19 prozent fd spd auf 25 prozent grüne 17 prozent fdp 13 prozent linke 6 prozent afd 11 prozent alle anderen neun prozent bei der forsa umfrage haben bei einer telefonischen umfrage rund 2505 menschen teilgenommen im zeitraum zwischen dem 31 august und dem sechsten september bei gms haben da kann ich schon mal sagen 1004 leute bei einer telefonischen umfrage teilgenommen vom ersten bis zum sechsten september so kommt hier die cdu csu sogar auch noch solide auf 23 prozent spd auf 25 prozent grüne 17 prozent fdp 12 prozent linke 6 prozent afd 11 prozent und sonstige 6 prozent das ist zum beispiel mit dabei und natürlich jetzt auch noch vor kurzem jahr am montag von insa eine umfrage rausgekommen da seht ihr zum beispiel da gab es bei einer online teilnahme bei einem online panel von 2052 teilnehmern vom zeitraum zwischen dem dritten und dem sechsten september folgendes cdu csu 20,5 prozent spd 26 prozent grüne 15,5 fdp 12,5 linke 6,5 afd 11 freie wähler fw freie wähler 3 prozent und sonstige fünf prozent also man sieht deutlich dass nämlich die cdu weiterhin im sinkflug ist auch wenn sich versucht bundeskanzlerin angela merkel mit ami also armin laschet immer noch sagen wir mal hoch oben zu halten was natürlich leider nicht funktioniert und das sieht man auch geradewegs wenn man diese umfragen sieht also es würde unter anderem möglich sein das sollte die cdu nicht unter 20 prozent kommen dass sie theoretisch auch eine regierung stellen könnte jamaika wäre möglich eine deutschland koalition aber auch die spd hat mehr möglichkeiten rot rot grün natürlich auch eine deutschland koalition unter der spd führung von olav scholz als möglichen bundeskanzler aber natürlich auch eine ampel koalition wovor sich ja vor allem das müssen wir so sagen wie es ist sich ja cdu csu politiker ja fürchten linke revolution und so weiter und so fort wo ich manchmal halt auch nicht verstehe was man unter linker revolution irgendwie versteht wenn christian lindner selbst auch sagt weiter nach links wird die wird die wird deutschland nicht gehen wenn ja die fdp mit spd und grünen so sieht es aus ja und so sieht es auch aus für heute mit dem update spezial am donnerstag dann dem 9 september gibt es dann das wahlprogramm der grünen die ja erst weit oben waren und dann tief gefallen sind das muss man so sagen wie es ist und jetzt dementsprechend wünsche ich euch natürlich einen wunderschönen tag weiteres natürlich zur bundestagswahl gibt es auch ab und zu auf der jo tv de natürlich auch auf dem twitch kanal von der jo tv twitch.tv der jo tv schaut da mal rein denn da gibt es am 26 september nämlich die wahlen in deutschland nicht nur deutschland will also der bundestag wird neu gewählt sondern auch das land das landesparlament in mecklenburg-vorpommern landtagswahlen und das rote rathaus in berlin die abgeordnetenhauswahl wird ebenfalls stattfinden also so muss man es unter anderem auch mal sehen dankeschön fürs zuschauen wir sehen uns wieder hier bei der jo tv bis dahin